So, nicht da drauf, da drauf, da drauf, da drauf, dann da rüber. Hallo und herzlich willkommen zur 114. Folge Satisfactory. Ja, in der letzten Folge haben wir mal so ein bisschen die Produktion hier beschleunigt. Die Kohle ist immer voll. Eisenerz, haben wir jetzt was reingepackt, ist auch am steigen. Hier habe ich einen rausgenommen, weil der Miner für Eisen, der musste halt ein bisschen schneller werden. Ich schauf mal zu 여기서, wenn das ist, dann sagen wir mal so ein bisschen, ich schaue mich an, ich mach euch jetzt mal. Da core ich mal. So, was ich jetzt sehen? Oh, das ist alles. Das Gummi nehme ich mal raus und packe dafür die Kohle rein. Ich denke mal, das macht mehr Sinn. Und ich sehe gerade, ich habe da noch Stahlbarren. Die kann ich da mit reinpacken. Katerium, Erz. Fahren wir mal wieder zurück. Gucken wir mal hier kurz, was hier so los ist. Voll mit Eisenbahnen. Okay, hier produziert er, was das Zeug hält, aber da ist kein Abnehmer da. Hier gibt es Eisenplatten. Hier gibt es Schrauben. Und hier gibt es verstärkte Eisenplatten. Gut. Und... das war nicht konsequent genug, die Handbremse ein wenig zu weit rüber gerutscht ok dann gucken wir mal wie weit wir hier sind definitiv über die hälfte was uns jetzt fehlt sind die hier das war das ist das ist das ist Vielen Dank. Vielen Dank. Was da langläuft, oder? Wichtig ist der hier. So, den bauen wir jetzt aber auch innen mal aus. So, das war's. 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 So, So, das war's. 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 dann gucken wir doch mal, nein das war nicht auf M, das war auf Z, denn wir haben ja hier mal da hoch gehen haben wir ja noch Bereiche, die wir nicht erkundet haben und wie sieht es in die Richtung aus, da haben wir alles da auch aber da in die Richtung, und zwar ziemlich genau in die Richtung, da fehlt uns noch einiges ok, wir müssen dann und und hier haben wir eine schnecke eine grüne eine grüne Das ist reiner Kalkstein. Dann nehmen wir mal die Gasmaske. Und dann nehmen wir mal die Gasmaske. Oh Mann, und wieder raus. Okay, füllt sich automatisch auf. Und wieder abgerutscht, das gibt es doch nicht. So, die haben wir. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Okay. 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 Goal. Okay. Cool. Okay. 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 um auf den Rauch zu kommen. Das war's für heute. Vielen Dank. Ouch. Nein, das war's. Ja, mit diesem kleinen Tod sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.